Jetzt kommt der Hund. Kommt, komm auf, bis dann hier die Kabel. Wichtig sein, sehr gut. Super. Also, tschüss. Ciao. Das war richtig gut. Ich würde es gar nicht noch, also wenn, dann würde ich gleich noch mal weitermachen oder du lässt es gleich so stehen und machst am Ende einmal alles hintereinander.